so leute jetzt geht es weiter gucken also erstmal dass wir jetzt hier mal auch hier ein bisschen ruhe rein kriegen die stücke ist mal gucken dass wir da ein bisschen nach oben kommen da oben so 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 Komm mal weg Dann gehen wir erstmal da drauf Ja komm Den einen verlust, komm mal wieder Oh, den hättest du jetzt aber ruhig können killen Oh, den hättest du jetzt So Gut Das können die Aufklärer hier eigentlich ganz gut So, dann Ne Da kann ich nichts machen Wenn wir mal gerade dabei sind Gucken wir mal was da oben so los ist Hier lang Hier lang Ja, okay So Thema Luftwaffe Mal gucken Also hier oben mal hin Klappt nicht immer alles so So, du hier hin Und du hier hin Ja, ist okay Gut, dann Go Oh, genial Der ist wirklich rausgerückt Gegen den Flammenpanzer Oh, sehr schön Es geht ja mal endlich da auf das Geschütz Ja, das ist doch schon mal gut Ich hab jetzt gar nicht gesehen Ich hab jetzt gar nicht gesehen, dass man da was gekriegt hat Okay So Dann als nächstes Stücke Bomber Stücke hier drauf So Den würde ich jetzt weg haben Komm schon Boah, ist nicht warm Na also, geht doch Wir gehen hier drauf Wir ziehen mir den schon mal als hier So So Du hier drauf Du im Geschütz Hier hin Der Panzer hier hin Artillerie Naja Ist okay Zack Gut So Dann Was bist du? Du bist eine Artillerie Bist auch noch nicht ein Reichweite von dem Ne So So Bomba, Bomba, Bomba Hier hin sehr schön so, dann du hier hin gut, ja jetzt haben wir das Ding endlich geknackt, wunderbar du könntest vielleicht hier noch aushelfen und er vielleicht noch hier, müssen wir mal gucken so, Jäger Aufklärer bitte nein, da ist nichts, ok ich müsste doch jetzt irgendwo ja, da oben kann ich ihn jetzt hinschicken machen wir das ach ja, stimmt jetzt an den Flack naja, ist egal ist egal so könnten wir tun, dann hätte er aber keinen Schutz mehr deswegen würde ich sagen das heben wir uns auf ok, dann go nein, oh, der hat dann noch ein Panzer ok ja wir rücken hier vor ne, da muss noch den Panzer da drauf ja, das geht nicht das ist aber verdammte Axt ich gucke mal, ob ich die Kaffee da wieder rauskrieg ah ne, es ist schon wieder schlechtes Wetter das ist doch wirklich zu Mäuse melken aber wirklich das kann man machen für irgendeinen besonderen Helden beharrlicher Verteidiger oh ne ok ok mhm boah, sehr schön äh, eins, eins, zwei ja, komm wir haben die Panzerabwehr so sehr schön gut das hätten wir ähm ah, das ist jetzt ärgerlich ja, das ist natürlich ne, ne, ne dann ist der weg das ist zu sicher wo kam denn bitte jetzt diese verdammte Infanterie da jetzt hier gegeiert ja, mach ihn kalt so so wir haben scheiß Wetter wieder aber hä, wir können noch warten ist kein Problem so, erstmal hier rein ist der jetzt weg? ne so ich hoffe ich hoffe das ist nicht eine Panzerarmade irgendwo steht ähm ja so, hier hin ach, du bist eine Panzerabwehr okay das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm äh, hier hin und hier hin so, dann holen wir hier mal noch eine Panzerabwehr mit und dann sollte das hier laufen ähm wo hier hin äh, 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 äh dann go nein das darf doch nicht warten da ist noch eine Einheit okay okay hier drauf dann so, mal gucken jawohl wunderbar so, sehr schön okay ähm hier weg ei 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 gut gucken wir mal ob das geht ne ähm wir holen die Luftwaffe ganz mal nach oben aber das müsste von hier aus auch reichen ne nicht ganz ja es interessiert mich jetzt doch was da hinten noch ist äh was müsstest du hinkriegen ne ja gut ich würde sagen in der nächsten runde mithilfe der Arterien alle müssen wir da durchkommen so ja das kann er ja wieder erobern wenn er so scharf drauf ist bitte so hier hin stücker hier drauf und tschüss Bomber hier drauf ah das war dumm ähm ist egal so ähm ups hat nicht geklappt wie ich das gerne gehabt hätte ok es kommt schon jawohl wunderbar äh hier hinten ok puh entlang der Volga ok also am Anfang wirklich easy wirklich easy aber dann nachher ey aus dem nichts kommt da plötzlich eine Einheitenarmee ja das hatte ich nicht auf dem Schirm ich hatte das schon abgehakt und letztlich ich hatte das hier schon abgehakt ja und plötzlich standen hier die Panzer und dann habe ich dumm da gestanden dann war noch die da war das Wetter noch dementsprechend das heißt ich konnte mich nicht auf meine Luftwaffe verlassen und dann hatte ich hier richtig Probleme muss ich ganz klar sagen ich hatte hier richtig dann gerade Probleme ey der hat mich gerade richtig übelst da erwischt schon wieder ist gleich wie bei Corsum genau so ist total unterschätzt und dann plötzlich dumm da gestanden boah okay aber wir haben es wir haben es das war es von dieser Schlacht entlang der Volga und wir sehen uns dann bei der nächsten Schlacht hier naja an der Russlandfront bis dann und ciao bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann Vielen Dank.